Hallo, äh, YouTube! Ah, Hardcore geht weiter. Ich lebe offensichtlich noch. Viel Spaß. Sind Stream-Highlights. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Völlig klar. Also, was habe ich gesagt? Fabricator, Pumpgun, weitere Höhle auf jeden Fall. Eine Höhle haben wir gemacht. Ich würde gerne die nächsten auch ein bisschen... ...easiger. Versteht ihr, was ich meine? Ein bisschen... Oh, es ist sehr dunkel. Ein bisschen einfacher. Wir müssen hier aufpassen. Wir sind überall Students gewesen. Ähm, ich würde gerne einfacher durchkommen. Und jetzt gibt es so ein paar Höhlen, wo es mir auch echt verkraut, weil da kannst du dann mal ganz schnell abschmieren. Und das muss nicht mal an meinem Skill liegen, dass das dann passiert. Können wir in der Werkbank herstellen? So, wir brauchen Zement. Das ist ja mal, glaube ich, ne? Kristall kriegen wir hier, Metall kriegen wir. Öl müssen wir uns holen. Und wir müssen uns vor allem Zündpulver mal eben machen. Dafür brauchen wir Stein und Feuerstein. So, jetzt machen wir nicht diesen und schicken wir mal ein paar Bambamuts hier raus. Die laufen doch hier sonst rum. Wir suchen mal weiter. Ich habe keinen Bock an den Schneeby, um direkt reinzufliegen wegen der... Wer ist denn die? Pullover? Pullover? Keine Ahnung. Eigentlich sind doch hier, sind doch Mammuts hier immer unterwegs. Also wir machen erstmal ein bisschen safe, ne? Weil, wenn wir sterben, dann war es das mit dem Projekt. Das ist mal no joke. Sonst sind doch auch an diesem Bärachsen, da hatten wir sonst so viele Mammuts. Guck mal, hier sind immer Mammuts gewesen bei mir, wenn ich hier war eigentlich. Jetzt sind hier alles, alles voll mit Agis. Gut, gut, gut. Aber hier gibt es heute keine, ähm, keine Mammuts. Wir fliegen weiter. Ich fliege ja so ein bisschen am Rand lang einfach. Guck mal hier. Hier. Jetzt sind wir doch mal dran an der Quelle. Was geht hier ab? Was habe ich jetzt für einen Effekt drauf? Was habe ich für einen Effekt drauf? Mammut hat einen Effekt auf einmal? Was ist das für ein Effekt? Output Damage Reduced, okay? Crazy. Ich muss halt nur aufpassen, wenn wir die gleich wegfarmen, wenn der Down ist, das ist nicht wegfarmen direkt. Richtig und richtig, jetzt ist das andere Mammut nochmal wegziehen, damit wir komplett gleich die Wolle da rausziehen können. Oder das Fell oder was auch immer das ist. So, einmal, zweimal. Das ist jetzt ein Ernst, kann ich das da jetzt nicht herstellen? Warum? Aber ich hab doch alles. Ah, ich muss das in Gramm lernen, bevor ich es craften kann. Natürlich. Du, das ist doch, das machen wir doch. So zwei Sachen auf jeden Fall schon mal. Strong bist du. 3. Das ist meiner persönlichen Sicht, würde ich mal sagen, du siehst du aus, als würdest du Wolle bringen. Ja, aber leider mache ich das mit dem AG platt. So. Oh, das war strong. Das ist nochmal craften. Das ist nochmal craften. Und dann brauchen wir noch einen Schnuffwolle. So, das reicht perfekt. Sehr gut. Wir können jetzt also auch die Brust herstellen vom Pelz. Das dauert einfach 10 Jahre. Wir brauchen... Entschuldigung, nicht da so rumschreien. Danke. Wir brauchen ein bisschen mehr Polymer auf jeden Fall. Das sind 55, 63, 69, 89 Polymer. Krieg mir an, nicht aus Biggie Pinguin mehr Poly. So, jetzt reicht es mir aber. Das prüfen wir jetzt mal. Also, hier. Warte, wie heißt der? Jakob Goldmann möchte sehen, wie wir Baby-Pinguine abschlachten. Ja, es reicht nicht, dass wir hier am Montagabend um 19.39... Beräug dich mal da oben. Hallo. Danke. Es reicht nicht, dass wir hier erwachsene Pinguine platt machen. Nee, wir müssen jetzt reingehen hier, ne? In die Babys. Rein in die Masse. Ja, bis jetzt. Guck mal, ich habe immer noch doppelt. Ich mache immer noch... Ja, oh, ja. Oh, du hast so recht. Du hast so recht, Jakob Goldmann. Du hast einfach so recht. So, da habe ich natürlich auch wieder nicht in S-Plus gemacht. Könnten wir aber alles um... Nee, können wir nicht umwandeln, weil ich es nicht aufheben kann. Schlau, 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 schlau. Schlau, 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 schlau. Jetzt brauchen wir Benzin. Und zwar brauchen wir dafür noch unser Öl. Öl, 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 Öl. Artefakt des Skylords. Nein, ich habe schon wieder Dings getrunken. Ach ja, ich erinnere mich. Da war ja was. Was ist denn das so dunkelige? Attacke! Hallo, hallo. Gut, gut, gut. Guten Tag. Ah ja, hier kommt man schon nicht durch. Ich sehe schon, wie ich jetzt hier sterbe in der Höhle, weil ich zu blöd bin. Ich muss das Tier nochmal mitnehmen. Und hier vorne reinschmeißen. Ich hatte halt zu viel Angst. Japan. Ich bin so dumm. Warum habe ich es nicht gemacht? Oh, ich bin so dumm. Oh, ich bin unglaublich dumm. Ich bin wirklich... Also, meine Herren. Weil ich nicht warten konnte. Oh, dass allein die Kryo-Krankheit im Singleplay aktiviert ist und man die nicht wegkriegt. Und ja, an alle hier, die meinen, wie Nico der Profi denkt, dass er ein Profi ist und bla und blub. Schickt mal bitte genau den Clip, das Video, den Auszug. Perfekt. Danke. Ha ha! Nicht mit mir, du! Ja, gut. Was ist denn mit Hasi los? Den, den... Ah Gott! Ich habe mich erschrocken. Die lebt ja nicht mehr. Ich dachte nur, weil die jetzt hier so ein Vieh Geräusche macht. Versteht ihr das? Hallo? Hallo? Ey! Verräug dich. Vorsichtig, vorsichtig, habe ich gesagt. Ich habe einen lockeren und nervösen Triggerfinger, sage ich immer. Zum Glück bin ich auch einfach gar kein schreckhafter Mensch. Das ist einfach so gut für diese Höhlen. Oh, Onyx. Onyx. Oh, Onyx. Das sind zu viele. Lade doch nach, du Hund. Ich muss ja scheiß Petri. Gut. Ich will dich noch gegen? Sterbe ich jetzt einfach? Ich muss gegen hier. Ich muss das mal kurz noch. Ja, ich muss da mal gegen hier. Toll. Wollen wir mal sehen, ob wir das schaffen. Das geht ja voll lange mit den Rabbis. Ja, dann muss ich mal gucken, ob das überhaupt reicht. Ich glaube, es ist aber selbst nicht, du Idiot, Alter. Ganz ehrlich. Bist dich. Der ist aber auch fies drauf, ne? Digger, wenn der Petri das auch noch down geht. Level 76. Der kann doch gar nicht so eine Nummer sein. Der macht meinen Petri platt. Das ist unglaublich. Gut. Wir machen mal kurz einen taktischen Rückzug hier. So, weg mit dir. Die sind da noch, ne? Das hört man auch. Wir gehen nochmal rein. Aber wir haben auch nur 16 Schuss noch, ne? Also es sind schon wenig Munitionen. Wie der Wolf, der da noch so halb drin hängt im Boden. Übrigens, Fun Fact. Artefakt des Skylords ist gar nicht da. Wir hätten sonst das Wabern der Höhle. Classic Arc. Das ist genau das Artefakt, was ich sage, was im Singleplayer nie da ist. Zumindest bei mir. Das heißt, für mich, ich würde jetzt mal versuchen, dass wir da reingehen an den Slot, wo das Artefakt normalerweise wäre. Gehen da ran. Tun so, als ob wir es grabben würden. Wir können es nicht grabben, weil es ist, wie gesagt, einfach nicht da. Es spawnt nicht, ne? Es kann vor mir niemand hier gewesen sein. Ich werde, also normalerweise ist es genau hier. Genau hier. Ich werde mich da jetzt ran grabbeln. Ich weiß nicht, ich muss mal kurz gucken, wie funktioniert der Grabbinghunk nochmal. So ziehen wir uns ran. So machen wir länger. Also linke Taste ran, rechte Taste länger. C, abmachen. Okay. So, hier wäre es. Wir sind dran. Wir leben. Wir springen hoch. Wir ziehen uns hier. Oh, alter Vater, du kannst mich nicht einfach so rumschulen, Leute. Gut, wir hätten es quasi. Wir ziehen uns gleich rein. Es ist nicht da. Es ist Singleplayer, es muss da sein. Ich war hier seit Jahren nicht drin. Legit, seitdem ich Storytime gemacht habe, nicht mehr. Ist halt lost, aber es ist halt das Game. Ja, rest in peace, Alter. Tut mir leid, das war mein Fehler. Ich gehe komplett auf meine Kappe, der tot, aber du warst auch trash. Muss man dazu sagen, ist wichtig. Das war ursprünglich mal für ein Video gedacht und so. Also das, ah, kann ich nicht mitnehmen. Muss ich zerstören? Kann ich nicht da einfach machen. Giftum. Ja, ist meiner jetzt. So, dann nehmen wir uns das hier raus. Wir müssen es erst da reinpacken. Dann packen wir es hier rein.